Herzlich Willkommen zurück zu Mario Kart 8 mit Buhu und auf meinem Community-Account, wo Leute nachschauen können. Ich weiß nur leider nie. Ich habe so viele Leute auf der Liste, ich kenne nicht jeden Namen. Ein paar weiß ich. Ähm, ich weiß nicht, ob... Also jetzt in der ersten Runde wird sowieso noch keiner nachgejoint sein. Aber ne, wie CIS ist wieder da. Keine Ahnung. Ich bin irgendwie in die gleiche Lobby wieder gekommen mit dem... Alter, hier ist alles voll mit Fahrern und ich bekomme den roten Panzer. So. Diese Wahrscheinlichkeiten in Mario Kart sind immer gottgleich und reden kann ich auch nicht mehr. Einfach mal schießen, irgendeinen wird es schon treffen. Ich hoffe den richtigen. Oh oh. Das war dumm. Ab in die Lava. Gut, dass ich schon ein Geist bin, ne? Da tut das nicht so weh. Oh man. Okay. 100er CCM sind wir hier wieder am Fahren. Das ist natürlich nicht so cool. Aber ich kann. So ein bisschen... Da ist noch einer mit dem Stern. Ein bisschen Stress machen hier. So. White Link hat auch drei Pilze. Dann kopieren wir doch mal ein bisschen White Link. Oh oh. Oh oh. Nice. Ah schade. Ich wollte eingezielten Feuerstoß. Äh. Richtung... Vordermann machen. Das White Link wieder. Mit Inkling Boy. Nein. Den Zweier krieg ich. Hast du ja trotzdem was gekriegt? Ne, ne? Du hast nichts gekriegt. Doch, du hast einen Pilz gekriegt. Gib Gas. Okay. Ich musste die Bananen jetzt loswerden. Sonst... wäre ich ja ewig nicht weit gekommen. Oh, da fahren sogar welche rein. Die haben die noch mega scheiße geworfen. Lol. Ist der noch in was reingefahren, nachdem er einen Pilz benutzt hat? Ah, die Zweier kriegen nicht. Da bin ich scheiße gefahren. Aber den Roten. Der hat doch bestimmt Abwehr dafür. Nein. Beide haben sich abgeschossen. Nice. Durchfahren. Geht Gas. Letzte Runde. Gucken, ob ein Blauer kommt. Bitte eine Tröte und eine Münze. Also eine Münze und eine Tröte. Also in der Reihenfolge. Ah, so ist auch gut. Ist sogar besser als eine Münze und eine Tröte. Deswegen. Deswegen nie die Banane wegschmeißen oder die Münze. Sonst hätten sie mir jetzt die Tröte geklaut. Und wenn noch ein Blauer gekommen wäre, der da sogar kommt. Wenn ich ein bisschen... Wenn alles ein bisschen zeitlich abgepasster gewesen wäre, hätte der Blaue mich noch erwischen können. Hätte ich noch eine Abwehr gehabt. 23 Punkte. Nice. Die Lobby ist nicht so hoch von den Punkten her. Ich glaube... Ich glaube, ab 10.000 Punkten wird es wahrscheinlicher, dass 200er kommen oder so. Ich würde auch lieber 200er fahren. Die Wolkenstraße ist ganz nice. Wieder eine 100er Strecke. Was ist denn hier los, Mann? Aber egal. Wir fahren die solide runter. Soll ich es nicht aufhalten. Ja... Oh, fuck. Ihr habt nichts gesehen. Und ich hab... Wow. Okay, das ist noch schlimmer als mein Fehlstart. Da ist gerade einer runtergefallen. Alter, der... Der Mercedes, ey. Der hatte so einen Blubbersound. Und Blubberblubblub. Wuppa. Zack. Hier den Booster hier mitnehmen, der geht. Das... Hallo? Die Itembox war jetzt länger weg als normal. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das... Die normale Länge war. Uh! Da kamen so ein paar Feuerbälle. So, schnell runter. Endlich mal ein Item bekommen. Oh, das ist doch nicht wahr. Du Kackpanzer, ey. Oh. Das war ein Grüner, der nach hinten geschossen. Hallo. Alter, hier ist grad Krieg. Ich krieg noch einen ab. Pass auf. Ich krieg da hier noch einen ab. Hör auf. Geht weg. Ich will das nicht. Alter, warum... Ich hatte Windschatten. Das kann doch alles gar nicht angehen. Alter, da wird mir das Zweier-Item klauen. Alter. Und erstmal den Blauen nach vorne ballern. Das gibt's doch nicht. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Warum fahren die jetzt alle oben lang? Ist oben lang der neue Shit? Nico. Du hast keine Abwehr. Tschüss. Aber du hast Pilze. Du wolltest mich eh wieder. Hä? Wo ist er? Das hallo! Was ist denn los mit euch heute? Was war das denn? Der Link wollte mich anrempeln. Der Penner. Hier ist voll Krieg. So. Ja, scheiß drauf in dem Einzel-Item und verkacken den Trick. So. Oh, nice! Tschüss, Jungs! I'm out. So. Tilo. Was hat Tilo für alte... Nein! Nein, nein, nein! Geh weg! Geh weg! Er schießt nach hinten. Okay. Oh, lol, die Bananen. Was bin ich jetzt geworden? Dritter. Er war doch mal... Okay. Dieser war Luigi, war krass. Hat auch die meisten Punkte hier in der Lobby. Jetzt darf aber mal eine 150er kommen, mindestens. Das wäre schon nice. Freude! Es ist der Babypark. Wenigstens auf 150. Aber hey, es ist der Babypark. Ich habe nicht dafür gestimmt, Leute. Ich wollte die große Drachenmauer. Aber okay. Ihr wollt Krieg. Den könnt ihr haben. So. Och, die Musik ist gut, ne? Hauptsache da. Hauptsache das. Ja, gut. Wir machen diesen Babypark passiv. Würde ich sagen. Come on, Alter. Der Babypark ist so bullshit, Mann. Ja, ist gut. Er wollte noch das Item klauen. Ey. Nochmal Pilze. Mit dem Stern. Hey, mal was nützlich ist. Pilze. Hey. Hat die schon so lange nicht mehr. Oh, hau ab, Alter. Alter Vater. Von einem blauen. Blaue sind hier nur gefährt. Du Penner. Der mich extra gerammt hat. Okay, was ist hier mit den Sternen los? Haha. Alter, wie viele Plätze ich gut gemacht habe. Und dann so einen Scheiß. Ich war kurz zweiter. Ich war kurz zweiter, Mann. Und ich kriege nur Pilze und Sterne. Pilze. Oh, come on. Vierter. Wow, ich bin noch vierter geworden. Wie ist das passiert? Ich war sogar kurz zweiter, Mann. Wie ist das passiert? Big Blue. Geile Strecke. Leider nur mit 100. Ich glaube, es liegt echt an der Lobby, dass gerade so viele Hunderterstrecken kommen. Weil alle so wenig Punkte haben hier. Aber ich habe zwei Accounts. Wie soll ich denn viele Punkte kriegen? Indem ich nur auf einen Account fahre. Ich weiß, aber... So viel Mario-Cut spiele ich dann auch nicht. So. Erstmal auf zehn Münzen stacken. Zwei Items snacken. Und dann... Feuer! Oh nein, der Rote. Du Penner. Du hättest hier nicht eine Sekunde früher schießen können, ne? So eine Millisekunde früher. Alle gehen da lang. Okay, ich nehme Einzel-Eitem. Tschüss. Hallo! Ich habe dir doch 1A. Alter, du Kackblume. Dass das noch gezählt hat. Man kann so viele Shortcuts nicht nehmen, wenn man 200 zu CM nicht fährt. Obwohl hier das könnte... Na, das wird knapp. Man braucht schon den 200er CCM-Speed teilweise. Ein blauer? Nee. Das ist nicht dein Ernst, Mann! Oh nein, das war doof. Ich hätte ihn später zünden sollen. Jetzt habe ich ein paar Meter verschenkt. Das war doch ganz gut. Da kommt noch einer. Tröde. Das ist nicht dein Ernst, Mann! Warum trifft mich denn die Rote? Pilze. Haben die irgendwie gepatcht, dass mehr Pilze kommen? Hä? Ich war am Schweben. Ich konnte nicht steuern. Geh weg mit deinem Stern. Das kann nie sein! Hau ab! Ihr bumst mich. Oh mein Gott! Sie haben mich gebumst. Ich kriege noch Pluspunkte. Gott sei Dank. Was war das denn bitte für ein Rennen? Ich habe ja alles abbekommen. Am Ende. Wieder ein 100er Strecke. Was ist denn los? Also so viel hatte ich echt noch nie. Voll anstrengend. Ah, geil. Nächste Folge auch mal wieder das Kart ändern. Das ist echt krass. In Mario Kart 8 Deluxe fahre ich viel mehr Kart. Als, äh, in... Auf der Wii... Als auf der Wii U-Version. Alter, was ein Krieg hier. Ich muss kurz bremsen. Ich muss den durchlassen. Genau, warum schießt er denn nach hinten? Er hat nach hinten geschossen. Ich bin nicht dagegen gefahren. Ich habe das Schussgeräusch gehört. Was ein Penner, ey. Anstatt er wartet, weißt du? So, einmal hier wieder alle überholen. Wer von euch hat rote, die ihr mir jetzt in den Rücken schießt? Keiner? Gut. Ich aber. So. Oh, schubst mich doch nicht. Ich wollte jetzt sagen, da fahren Pilze, aber das war der Geist. Oh mein Gott, der Bumerang. Alter Vater. So, noch einen. Die sind alle so nah beieinander. Wenn da ein Blauer kommt, der kommt so schnell zu mir. Dass ich das wahrscheinlich nicht rechtzeitig sehen werde. Gut, damit ist meine Verteidigung für den Arsch. Das ist nicht gut. Nein. Sie kriegen doch jetzt rote Panzer und Bumeränge und alles, um mich zu zerstören. Und blaue und... Weiß ich nicht. Über zwei. Schneller, 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 schneller. Nein! Verdammte Scheiße. Das sind echt... Nein. Oh mein Gott. Jetzt kriege ich alle. Hallo, ich bin nicht mehr Erster. Ihr könnt aufhören, auf mich zu schießen. Oh mein Gott. Nein! Keine Leiter. Nein! Nein! Oh mein Gott. Nein! Geht weg. 100 Pilze, 100 Pro. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Ich will wenigstens fünfter sein. Ach. Alter. 25 Punkte, der erste. Das war es aber mit der Folge. Mario Kart 8 Deluxe. Ich wechsle mal den Charakter und wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.